Fast so langsam. Es ist die Lara, die hat voll Schiss, dachte ich. Ich weiß nicht, wo die erste mal mit am Stall war, ne? Ich weiß nicht, wo ganz... Oh, guck mal, da hat er auch was. Bein. Vorne. Oh. Ach Lara. Ich war neun oder zehn Wochen alt und Christina ist dann mit ihr gekommen. Und dann durfte Lara mal, als Herr Doras Nase schnuppern, da hatte die so viel Schiff, und die Christina war angepissen. Und Christina dann so... Ihhh. Aber die Christina... Die Christina... Ja. Aber ich hatte die andersrum. Ja, aber... Cool. Die Christina ist so super für die Daten...